Denn wir haben ein Recht darauf, in Gerichtsverfahren unterstützt zu werden. Kinderrechtsbasierte Kriterien für das familiengerichtliche Verfahren. Ein Podcast zur kindgerechten Justiz in sieben Folgen. Für RichterInnen und alle anderen an der Ausgestaltung des Gerichtsverfahrens beteiligten AkteurInnen. Kinder sind bei einem Gerichtsverfahren in einer schwächeren Position als Erwachsene. Sie sind oft auf die Unterstützung eines Erwachsenen angewiesen, um ihre Rechte durchzusetzen und um sich im ziemlich schwer verständlichen Verfahrenablauf zurechtzufinden. Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz des Europarats formulieren das Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit folgendermaßen. Achtung! Erwachsenen und Kindern sollten gleichermaßen das Recht auf ein faires Verfahren, auf Rechtsberatung, auf Zugang zu den Gerichten und das Recht auf einen Rechtsbehelf garantiert werden und nicht unter dem Vorwand des Kindeswohls verweigert oder geschmälert werden. Unterstützung können Kinder natürlich seitens des Gerichts und ihrer Eltern erfahren. Aber es ist wichtig, dass das Kind eine eigene Unterstützerin oder einen eigenen Unterstützer vor, während und nach dem Verfahren hat. In familiengerichtlichen Verfahren erfüllen vor allem die VerfahrensbeiständInnen die Aufgabe der unabhängigen Unterstützung des Kindes. Sie sollen bei der Information des Kindes und der Interaktion zwischen Gericht und Kind helfen. Die Aufgabe des Gerichts ist es laut § 158 vom FG, dem Kind in Kindschaftssachen einen fachlich und persönlich geeigneten Verfahrensbeistand so früh wie möglich zu bestellen. Dieser hat das Interesse des Kindes festzustellen und im Verfahren zur Geltung zu bringen. Außerdem muss er das Kind über Gegenstand, Ablauf und den möglichen Ausgang des Verfahrens informieren. Soviel zu den Aufgaben der VerfahrensbeiständInnen. Tatsächlich zeigte sich in Deutschland über die Jahre gesehen eine positive, wenn auch immer noch unzureichende Entwicklung in Bezug auf die Bestellung von VerfahrensbeiständInnen. Und ja, 2021 war die Anzahl der Bestellungen auch leider wieder rückläufig. Nur in Hessen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wurden 2021 in knapp über 50% der Verfahren VerfahrensbeiständInnen vom Gericht bestellt. Und das zeigt, die Bestellung von VerfahrensbeiständInnen ist immer noch nicht gerichtlicher Standard. Die RichterInnen, die am Pilotprojekt teilgenommen haben, sind sich aber einig, gute VerfahrensbeiständInnen sind wichtig für das Verfahren. Bei ihrer Bestellung weisen die kinderrechtsbasierten Kriterien auf die Wichtigkeit verschiedener Aspekte hin. Die frühzeitige Bestellung des oder der VerfahrensbeiständInnen und die Auswahl anhand der beruflichen Qualifikation und persönlicher Eignung und die Notwendigkeit einer Begründung, wenn keine Ernennung erfolgt. Außerdem sollen die RichterInnen darauf achten, dass die VerfahrensbeiständIn direkten Zugang zu dem Kind erhält. Und sie sollen auch prüfen, ob vielleicht eine andere Person als VerfahrensbeiständIn zu ernennen ist, wenn es Probleme gibt. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Zunächst ist wichtig, dass überhaupt eine VerfahrensbeiständIn bestellt wird. Hier hat die Gesetzesnovellierung entscheidende Verbesserungen gebracht, in dem der Grundsatz der Bestellung verankert wurde. Über die Neuregelung in § 158 vom FG wurde dabei insgesamt mehr Verbindlichkeit geschaffen. Aus der Sicht der RichterInnen, die am Pilotprojekt teilgenommen haben, wird es als ideal erachtet, wenn VerfahrensbeiständInnen kontinuierlich und noch stärker als bisher, das heißt als vor dem Pilotprojekt, in Verfahren involviert werden. Einmal, um für das Kind deutlich als Kontaktperson im Verfahren sichtbar zu sein, aber auch, um die Arbeit der RichterInnen zu unterstützen. In dem Pilotprojekt, in dem die RichterInnen bewusst auf die Einhaltung der Kinderrechte achteten, lag die Zahl der Bestellungen bei 83 bis 96 Prozent der Fälle und die aktive Einbeziehung der VerfahrensbeiständInnen in das Verfahren sogar bei 94 bis 96 Prozent. Das ist schon ein erheblicher Unterschied zum gesamtdeutschen Durchschnitt und zeigt, bereits das Bewusstsein für Kinderrechte kann die Situation der Kinder verbessern. Seit der Neuanpassung des FAMFG sind die Familiengerichte nun auch angehalten, die Verfahrensbeistände so früh wie möglich zu bestellen und von allen aktuelle Qualifikationsnachweise und ein erweitertes Führungsteugnis anzufordern. Reinhard Prenzloh, Verfahrensbeistand und Berufsvollmund, wird uns jetzt aber berichten, was seiner Auffassung nach die zentralen Merkmale der Unterstützung seitens der VerfahrensbeiständInnen sind. Kinder fühlen sich dann immer unterstützt, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Alle Kindesäußerungen, egal ob verbal oder nonverbal, sind beachtlich. Daher liegt die zentrale Aufgabe des Verfahrensbeiständes in der Feststellung der Kindesinteressen. Diese beinhalten der kindliche Wille, seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Lebenswelt, also insgesamt the best interest of child, was im Grunde genommen mehr ist als nur die Ermittlung des Kindeswohls. Des Weiteren sollte der Verfahrensbeistand das Kind über seine Empfehlungen im Rahmen seiner vorgesehenen schriftlichen Stellungnahme informieren. Der Verfahrensbeistand wahrt die Beteiligungsrechte der Kinder und legt gegebenenfalls Beschwerde gegen eine Entscheidung ein. Alle geplanten Entscheidungen, also auch Vereinbarungen, sollten vorab dem Kind zur Kenntnis gegeben werden und die Reaktionen für das Verfahren protokolliert werden. Dies geschieht unter den Stichworten Autonomieentwicklung und Selbstwirksamkeit des Kindes. VerfahrensbeiständInnen haben bei der Unterstützung von Kindern im Verfahren also eine zentrale Rolle, vor allem während des Verfahrens. Sie vertreten deren Interessen und informieren sie über das Verfahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, worüber die Kinder genau informiert werden müssen, dann hören Sie sich doch gerne unsere Folge zur Information des Kindes an. Für viele Kinder ist es vor allem wichtig, eine Vertrauensperson an ihrer Seite zu haben. Die kann, wie gesagt, der oder die VerfahrensbeiständIn sein. Kinder können aber auch dadurch unterstützt werden, indem sie einen Freund oder eine Freundin mitbringen dürfen. Wie es schon der römische Rechtsanwalt, Politiker, Schriftsteller und Philosoph Markus Tolius Cicero in seinem Werk Lelius über die Freundschaft schrieb, denn das Glück macht die Freundschaft glänzender und das Unglück durch Teilnahme und gemeinschaftliches Mitgefühl leichter. Wir haben Carsten Löbbert, Präsident des Amtsgerichts Lübeck, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung, teilnehmender Richter am Pilotprojekt und Mitglied des Projektbeirats gefragt, wie er vorgeht, wenn Kinder FreundInnen zur Unterstützung mitbringen möchten. Und das hat er gesagt. Dass die Kinder von sich aus eine Freundin oder einen Freund mitbringen, habe ich bislang noch nicht erlebt. Ich hätte da nichts dagegen. Wenn das so wäre, dann könnte der oder diejenige dabei sein. Jedenfalls sobald geklärt ist, wer das denn genau ist und wie die oder derjenige zu den übrigen Verfahrensbeteiligten steht. Dass das aus meiner Sicht so selten vorkommt, hängt sicher auch mit der Kommunikationssituation zusammen. Die Kinder werden ja schriftlich eingeladen, häufig, jedenfalls wenn sie jünger sind, in einem kindgerechten Text und werden dann in der Regel durch einen Elternteil oder einen sonstigen Familienangehörigen oder auch manchmal durch den Verfahrensbeistand zum Gerichtstermin begleitet und gebracht. Ich nehme an, dass die meisten Erwachsenen dann sagen, falls die Kinder das vorher ansprechen, da darfst du keinen mitbringen. Und weil das so ist, bringen sie dann auch keinen mit. Es wäre vielleicht mal eine Idee zu kommunizieren, dass das grundsätzlich möglich ist. Ob es sinnvoll ist in der Anhörung, ist die eine Frage. Das kann ich mir gut vorstellen. Wichtig ist immer aber auch die zweite Frage. Wer ist dabei und was macht der oder diejenige mit der Anhörungssituation? Werden Dinge aus der Anhörung weitergetragen? Manchmal werden ja auch Fragen erörtert, die sehr eng und sehr intim mit dem Familienleben zusammenhängen. Es ist manchmal nicht immer gut, wenn andere Kinder oder Jugendliche davon dann erfahren und man gar nicht weiß, was die damit machen. Also insofern ist das eine Idee, die man sorgfältig überlegen und abwägen muss. Was empfinden Kinder und Jugendliche selbst in einem Verfahren als hilfreiche Unterstützung? Das wird uns jetzt Lennart, der in einem familiengerichtlichen Verfahren beteiligt war, erzählen. Lennart war bei Beginn des Verfahrens elf und bei Ende des Verfahrens 15 Jahre alt. Mir hätte jemand geholfen, der mir zuhört, der ein wenig nach meinen Interessen handelt und der mich auch darüber aufklärt, was ich besser machen könnte oder wo es halt gescheitert ist an dem, was ich gesagt habe. Ein Wunderpunkt der deutschen Gesetzeslage ist, dass Kinder bei der Auswahl der Begleitperson, des oder der Verfahrensbeiständin kein Mitsprache- oder Ablehnungsrecht haben. Das könnte aber oft dazu führen, dass die Vertrauensperson besser zu den Kindern passen und Konflikte könnten vermieden werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass es eine Begründung gibt, wenn keine Benennung erfolgt und falls es Konflikte zwischen dem oder der Verfahrensbeiständin und dem Kind gibt, das mit dem Kind besprochen wird und gegebenenfalls eine andere Person ausgewählt wird. Auch § 158 Absatz 4 vom FG sieht vor, das Gericht soll die oder den Verfahrensbeiständin auswechseln, wenn die Fortführung des Amtes die Interessen des Kindes gefährden würde. Auch bei den RichterInnen, die am Pilotprojekt teilgenommen haben, besteht darüber Konsens, dass die Auswahl der VerfahrensbeiständInnen gut überlegt sein muss, da sie für die Kinder die Gesichter des Verfahrens sind. Reinhard Prenzloh wird uns jetzt erzählen, wie er vorgeht, sollte er merken, dass ein Kind oder ein Jugendlicher nicht mit ihm zurechtkommt. Ist das Vertrauen des Kindes in seinen Verfahrensbeistand erheblich gestört, besteht die Möglichkeit der Entpflichtung des Verfahrensbeistands und die Neubestellung eines Verfahrensbeistandes. Grundsätzlich ist diese neue gerichtliche Lösung ein guter erster Schritt. Ein verantwortungsvoller Verfahrensbeistand wird erkennen, wenn das vertretene Kind ihn selbst ablehnt oder diese Ablehnung nur aufgrund einer Manipulation vornimmt. Prenzen sollten offengelegt werden, eventuelle Folgen auch mit dem Kind diskutiert werden. Die Aufgabe des Verfahrensbeistands, die Kindesinteressen im Verfahren unabhängig zu vertreten, ist ein hohes Gut. Diese Unabhängigkeit sollte auch gerade gegenüber dem Gericht deutlich gemacht werden. Aber wie unabhängig ist ein Verfahrensbeistand, dessen auch finanzielle Existenz eventuell vom Gutwill der einzelnen Richterin oder Richter abhängt? Fragezeichen Unterstützung von Kindern im Verfahren Lennart fasst das so zusammen. Ihm hätte während des Verfahrens geholfen, eine Person bei sich zu haben, die ihm zuhört, nach seinen Interessen handelt und ihn darüber aufklärt, was er seiner Auffassung nach hätte besser machen können. Unser Podcast konzentriert sich auf den familienrechtlichen Aspekt der kindgerechten Justiz und damit auf VerfahrensbeiständInnen. Im Strafprozess etwa gibt es für beteiligte Kinder die psychosoziale Prozessbegleitung, eine nichtrechtliche Betreuung, Informationsvermittlung und Unterstützung, die die Belastung von Opfern reduzieren soll. Wir halten also fest, bei einer Unterstützung, die auch wirklich dem Interesse des Kindes dient, ist es wichtig, sie an den konkreten Einzelfall, das Kind mit seinen Bedürfnissen und Besonderheiten und die Art des Verfahrens anzupassen und sie so früh wie möglich zu beteiligen. Liebe Zuhörende, wir hoffen, die Podcast-Folge hat Ihnen gefallen. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen Gericht und VerfahrensbeiständInnen? Und vor allem, haben Sie besondere, vielleicht ganz kreative Mittel, um Kinder beim Verfahren zu unterstützen? Vielleicht möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Sie könnten auch anderen an der Ausgestaltung des Verfahrens beteiligten AkteurInnen helfen. Und nicht vergessen, in den Shownotes finden Sie einen Link zu weiterem Infomaterial zur Unterstützung von Kindern in Verfahren. Dies ist Familienrecht Kindgerecht, ein Podcast vom Deutschen Kinderhilfswerk und vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Mein Name ist Ella Daum und ich bedanke mich fürs Zuhören und Ihr Interesse an kindgerechter der Justiz. Wir hoffen, dass der Podcast Ihnen gefällt und dass die Kriterien Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können. Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen. 7 Und 8 ека